Der Narr liest Der kleine Prinz Von Antoine de Saint-Exupery Für Léon Werth Den Kindern möchte ich sagen, verzeiht mir, wenn ich dieses Buch einem Erwachsenen widme, Aber ich habe eine gute Entschuldigung dafür Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich auf der ganzen Welt habe Ich habe noch eine Entschuldigung Dieser Erwachsene versteht alles, sogar Bücher für Kinder Ich habe eine dritte Entschuldigung Dieser Erwachsene lebt in Frankreich, wo er hungert und friert Er hat es wirklich nötig, getröstet zu werden Falls all diese Entschuldigungen noch nicht reichen, So möchte ich dieses Buch gern dem Kinde widmen, dass diese Erwachsene einmal gewesen ist Alle Erwachsenen waren einmal Kinder Aber nur wenige erinnern sich daran Ich korrigiere also meine Widmung Für Léon Werth, als er ein kleiner Junge war Kapitel 1 Als ich sechs Jahre alt war, sah ich in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein fantastisches Bild Es zeigte eine Riesenschlange, die ein wildes Tier verschlang Hier ist eine Kopie der Zeichnung In dem Buch wurde gesagt, die Boas verschlingen ihre Beute in einem Stück, ohne sie zu kauen Anschließend können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen sechs Monate, um zu verdauen Damals habe ich viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht Und mit einem Farbstift schaffte ich es, meine erste Zeichnung anzufertigen Meine Zeichnung Nummer 1, sie sah so aus Ich habe mein Meisterwerk den Erwachsenen gezeigt Und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung Angst mache Sie haben mir geantwortet Warum sollte man Angst vor einem Hut haben? Aber meine Zeichnung zeigte gar keinen Hut Sie zeigte eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut Ich habe dann also das Innere der Boa gezeichnet Damit die Erwachsenen es verstehen konnten Sie brauchen ja immer Erklärungen Meine Zeichnung Nummer 2 sah so aus Die Erwachsenen haben mir geraten Mit dem Zeichnen von offenen oder geschlossenen Boas Schluss zu machen Und mich lieber für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren So kam es, dass ich schon im Alter von sechs Jahren eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, aufgab Ich war entmutigt durch den Misserfolg meiner Zeichnung Nummer 1 und meiner Zeichnung Nummer 2 Die Erwachsenen verstehen nie etwas von selbst Und für Kinder ist es anstrengend, ihnen immer und ewig Erklärungen geben zu müssen Ich war also gezwungen, mir einen anderen Beruf auszusuchen und lernte, Flugzeuge zu steuern Ich bin so ziemlich überall auf der Welt herumgeflogen Und die Geografie, das stimmt, hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden Das ist echt nützlich, wenn man sich nachts verflogen hat So hatte ich im Laufe meines Lebens eine Menge Kontakt mit einer Menge ernsthafter Leute Ich habe viel Zeit mit Erwachsenen verbracht Ich konnte sie aus nächster Nähe studieren Das hat meine Meinung über sie nicht gerade verbessert Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen schlauer vorkam Testete ich ihn mit meiner Zeichnung Nummer 1, die ich immer in Reserve habe Ich wollte wissen, ob er wirklich Grips hat Aber immer bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut Dann sprach ich mit ihm, weder über Boas, noch über Urwälder, noch über Sterne Ich passte mich seinem geistigen Horizont an Ich sprach mit ihm über Bridge, Golfspielen, Politik und über Krawatten Und der Erwachsene war hoch zufrieden, einen so vernünftigen Mann wie mich kennengelernt zu haben Kapitel 2 Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich reden konnte Bis zu einer Panne in der Sahara vor sechs Jahren An meinem Motor war etwas kaputt gegangen Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere dabei hatte Musste ich ganz alleine versuchen, die schwierige Reparatur hinzukriegen Es war für mich eine Frage von Leben und Tod Für höchstens acht Tage hatte ich Trinkwasser dabei Am ersten Abend legte ich mich tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt zum Schlafen in den Sand Ich war verlassener als ein Schiffsbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean Ihr könnt euch also meine Überraschung vorstellen, als mich bei Tagesanbruch ein sonderbares, zartes Stümmchen weckte Bitte, zeichne mir ein Schaf Was? Zeichne mir ein Schaf Wie vom Blitz getroffen sprang ich auf die Füße Ich rieb mir die Augen und schaute genau hin Und ich sah ein äußerst ungewöhnliches kleines Kerlchen, das mich ernsthaft betrachtete Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zustande brachte Aber meine Zeichnung ist natürlich längst nicht so bezaubernd wie das Original Das ist nicht meine Schuld Im Alter von sechs Jahren war ich von den Erwachsenen in meiner Laufbahn als Maler entmutigt worden Und hatte nichts zu zeichnen gelernt Als geschlossene und offene Riesenschlangen Ich betrachtete also diese Erscheinung mit vor Erstaunen aufgerissenen Augen Vergeßt nicht, daß ich mich tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt befand Und doch schien sich mein kleines Kerlchen weder verirrt zu haben Noch war er halbtot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst Er machte nicht im geringsten den Anschein eines verlorenen Kindes mitten in der Wüste Tausend Meilen fern ab jeder bewohnten Gegend Als ich endlich ein paar Worte herausbekam Sagte ich zu ihm Aber was machst du denn hier? Da wiederholte er ganz sanft, als ginge es um eine sehr wichtige Sache Bitte, zeichne mir ein Schaf Wenn das Rätsel zu groß ist, wagt man nicht, sich zu widersetzen So absurd es mir auch erschien Tausend Meilen von jedem bewohnten Ort und in Todesgefahr Ich zog ein Blatt Papier und eine Füllfeder aus meiner Tasche Aber dann erinnerte ich mich, daß ich vor allem Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik gelernt hatte Und sagte ihm, ein wenig grießgrämig, daß ich gar nicht zeichnen könne Es antwortete Das macht nichts Zeichne mir ein Schaf Weil ich noch nie ein Schaf gezeichnet hatte Machte ich für ihn eine der beiden einzigen Zeichnungen, zu denen ich fähig war Die von der geschlossenen Boa Und ich war perplex, als ich ihn sagen hörte Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich Und ein Elefant braucht sehr viel Platz Bei mir zu Hause ist es ganz klein Ich brauche ein Schaf Zeichne mir ein Schaf Also habe ich gezeichnet Er sah aufmerksam zu Dann Nein, das ist schon sehr krank Mach ein anderes Ich zeichnete Mein Freund lächelte nachsichtig Du siehst doch Das ist kein Schaf Das ist ein Widder Es hat Hörner Ich machte also meine Zeichnung noch einmal neu Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen Das ist zu alt Ich will ein Schaf, das lange lebt Mir fehlte die Geduld, weil ich eigentlich meinen Motor ausbauen sollte Also kritzelte ich diese Zeichnung hin und knurrte Das ist die Kiste Das Schaf, das du willst, ist da drin Und ich war total überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufhellte Das ist genau so, wie ich es wollte Glaubst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist Es wird bestimmt reichen Ich habe dir ein ganz kleines Schaf gemacht Er beugte den Kopf über die Zeichnung Nicht so klein, dass es Schau mal Es ist eingeschlafen So also machte ich Bekanntschaft mit dem kleinen Prinzen Kapitel 3 Ich brauchte lange, um zu verstehen, woher er kam Der kleine Prinz, der mir viele Fragen stellte Schien die meinen nie zu hören Es waren nur beifällig ausgesprochene Worte Die mir sein Geheimnis enthüllten Als er zum ersten Mal mein Flugzeug erblickte Mein Flugzeug zeichne ich jetzt nicht Das ist eine viel zu komplizierte Zeichnung für mich Fragte er Was ist das da für ein Ding? Das ist kein Ding Es fliegt Das ist ein Flugzeug Es ist mein Flugzeug Und ich war stolz, ihm sagen zu können Dass ich fliege Da rief er Wie? Du bist vom Himmel gefallen? Ja, sagte ich bescheiden Ha! Das ist ja witzig Und der kleine Prinz bekam einen totalen Lachanfall Der mich ganz schön ärgerte Schließlich wollte ich, dass man mein Unglück ernst nimmt Da fügte er hinzu Also kommst du auch vom Himmel? Von welchem Planeten bist du denn? Da ging mir ein Licht Über das Geheimnis seiner Anwesenheit auf Und ich fragte schnell Du kommst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete mir nicht Er schüttelte nur leise den Kopf Während er mein Flugzeug inspizierte Während er mein Flugzeug inspizierte Ja klar Mit dem Ding kannst du nicht von allzu weit gekommen sein Und er versank In ein tiefes, lang andauerndes Grübeln Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche Und vertiefte sich in die Betrachtung seines Schatzes Ihr könnt euch vorstellen Wie sehr mich diese Andeutung Über die anderen Planeten beschäftigte Darum strengte ich mich an Mehr darüber herauszufinden Woher kommst du, mein kleiner Kerl? Wo ist bei dir zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Nach einem nachdenklichen Schweigen antwortete er Das Gute an der Kiste, die du mir geschenkt hast, ist Dass sie ihm nachts als Hütte dienen kann Ja, sicher Wenn du nett bist, gebe ich dir auch einen Strick Damit du es tagsüber anbinden kannst Und einen Pflock dazu Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu entsetzen Anbinden? Was für eine komische Idee Aber wenn du es nicht anbindest Wird es doch irgendwo hinlaufen und verloren gehen Und wieder schüttelte sich mein Freund vor Lachen Aber wo soll es denn hinlaufen? Irgendwohin Einfach geradeaus Da antwortete der kleine Prinz ernst Das macht gar nichts Es ist so klein bei mir zu Hause Und vielleicht ein bisschen melancholisch ergänzte er Geradeaus Kommt man nicht sehr weit Kapitel 4 So hatte ich also eine zweite sehr wichtige Sache erfahren Sein Heimatplanet War kaum größer als ein Haus Das wunderte mich nicht besonders Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten Der Asteroid B612 ist Dieser Asteroid ist nur ein einziges Mal Nämlich im Jahr 1909 Von einem türkischen Astronomen mit einem Fernrohr gesichtet worden Der hatte damals auf einem internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten Doch wegen seiner Kleidung hatte ihm niemand geglaubt So sind die Erwachsenen Zum Glück für den Ruf des Asteroiden B612 Befahl ein türkischer Diktator seinem Volk Unter Androhung der Todesstrafe Sich europäisch zu kleiden Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahr 1920 In einem sehr eleganten Anzug Und diesmal hörten alle auf ihn Wenn ich euch diese Einzelheiten über den Asteroiden B612 erzähle Und euch seine Nummer verrate Tue ich das der Erwachsenen wegen Die Erwachsenen lieben Zahlen Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt Wollen sie nie das Wesentliche wissen Sie fragen euch nie Wie ist der Klang seiner Stimme Welche Spiele spielt er am liebsten Sammelt er Schmetterlinge Sie fragen euch Wie alt ist er Wie viele Brüder hat er Wie viel wiegt er Wie viel verdient sein Vater Nur dann meinen sie ihn zu kennen Wenn ihr zu den Erwachsenen sagt Ich habe ein schönes Haus Mit roten Ziegeln gesehen Mit Geranien vor den Fenstern Und Tauben auf dem Dach Dann schaffen sie es nicht Sich dieses Haus vorzustellen Man muss ihnen sagen Ich habe ein Haus gesehen Das hunderttausend Fr. wert ist Dann rufen sie sofort Ach wie toll So auch Wenn ihr ihnen sagt Der Beweis dafür Dass der kleine Prinz existiert hat Besteht darin Dass er entzückend war Dass er lachte Und dass er ein Schaf haben wollte Denn wenn man ein Schaf haben möchte Ist das der Beweis dafür Dass man existiert Dann werden sie die Achseln zucken Und euch kindisch nennen Aber wenn ihr ihnen sagt Der Planet von dem er kam Ist der Asteroid B612 Dann werden sie überzeugt sein Und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen So sind sie Man darf ihnen Das nicht übel nehmen Kinder müssen sehr nachsichtig Mit den Erwachsenen sein Aber wir Die das Leben verstehen Machen uns natürlich Nur lustig über Zahlen Ich hätte diese Geschichte Lieber wie ein Märchen begonnen Ich hätte gern gesagt Es war einmal ein kleiner Prinz Der auf einem Planeten Kaum größer als er selbst wohnte Und der einen Freund brauchte Für die, die das Leben verstehen Würde das viel glaubwürdiger klingen Denn ich möchte nicht Dass man mein Buch leichtfertig liest Ich empfinde so viel Kummer Beim Erzählen dieser Erinnerungen Es ist nun schon sechs Jahre her Dass mein Freund Mit seinem Schaf fortgegangen ist Wenn ich hier versuche Ihn zu beschreiben Dann um ihn nicht zu vergessen Es ist traurig Einen Freund zu vergessen Nicht jeder hat einen Freund gehabt Und ich war drauf und dran Wie die Erwachsenen zu werden Die sich für nichts mehr interessieren Als für Zahlen Darum habe ich mir schließlich Auch einen Malkasten Und Farbstifte gekauft Es ist schwer Sich in meinem Alter Wieder mit dem Zeichnen zu beschäftigen Wenn man nie andere Versuche gemacht hatte Außer im Alter von sechs Jahren Die einer geschlossenen Und offenen Riesenschlange Ich werde selbstverständlich versuchen Die Bilder so lebensecht wie möglich zu machen Aber ich bin nicht ganz sicher Ob mir das gelingt Die eine Zeichnung geht so Die andere ist schon nicht mehr ähnlich Ich vertue mich auch öfters in den Maßen Hier ist der kleine Prinz zu groß Dort ist er zu klein Auch bei der Farbe der Kleider Bin ich mir unsicher Dann probiere ich es mal so Und mal so So gut es eben geht Ich werde mich vermutlich auch Bei einigen wichtigeren Einzelheiten irren Aber seid mir da bitte nicht böse Mein Freund hat mir nie Erklärungen gegeben Er glaubte vielleicht Ich sei wie er Aber ich bin leider nicht imstande Durch Kisten hindurch Schafe zu sehen Ich bin halt eher wie die Erwachsenen Ich bin eben älter geworden Jeden Tag erfuhr ich ein wenig mehr Über den Planeten Über die Abreise und die Reise Das ergab sich ganz sachte Im Laufe beiläufiger Gespräche So kam es Dass ich am dritten Tage Etwas über die Tragödie Der Affenbrotbäume erfuhr Auch diesmal hatte ich es Dem Schaf zu verdanken Denn plötzlich fragte mich der kleine Prinz Wie von bohrendem Zweifel geplagt Es ist doch wahr Dass Schafe Sträucher fressen Ja, das ist wahr Ha, da bin ich aber froh Ich verstand nicht Warum es so wichtig war Dass Schafe Sträucher fressen Aber der kleine Prinz ergänzte Also fressen sie doch auch Affenbrotbäume Ich erklärte dem kleinen Prinzen Dass Affenbrotbäume keine Sträucher sind Sondern Bäume so groß wie Kathedralen Und dass nicht einmal Eine ganze Elefantenherde Wenn er sie mitnehme Mit einem einzigen Affenbrotbaum Fertig werden würde Der Einfall mit der Elefantenherde Brachte den kleinen Prinzen zum Lachen Man müsste sie übereinander stellen Aber dann bemerkte er richtigerweise Bevor die Affenbrotbäume groß werden Fangen sie ja klein an Das ist richtig Aber warum möchtest du Dass deine Schafe Die kleinen Affenbrotbäume fressen Er antwortete Na also Das sieht doch jeder Als ob es glasklar wäre Und ich mußte mein Gehirn Ganz schön strapazieren Um der Sache auf den Grund zu kommen Und in der Tat Gab es auf dem Planeten Des kleinen Prinzen Wie auf allen Planeten Gute Kräuter und Gute Kräuter und Unkräuter Und also auch gute Samenkörner Von guten Kräutern Und unwillkommene Samenkörner Von Unkräutern Aber die Samen sind unsichtbar Sie schlafen im Schutz der Erde Bis es einem von ihnen in den Sinn kommt Aufzuwachen Dann streckt er sich Und treibt zuerst schüchtern Einen entzückenden Harmlosen Kleinen Spross In Richtung Sonne Wenn es sich um einen Radieschen Oder Rosentrieb handelt Kann man ihn wachsen lassen Wie er will Aber wenn es sich um Eine üble Pflanze handelt Muss man die Pflanze Schleunigst herausreißen Wenn man sie erkannt hat Nun gab es aber Auf dem Planeten Des kleinen Prinzen Fürchterliche Samenkörner Nämlich die Samen Der Affenbrotbäume Der Boten des Planeten War davon übersät Aber einen Affenbrotbaum Kann man, wenn man ihn So lange gewähren lässt Nie mehr loswerden Er bemächtigt sich Des ganzen Planeten Er durchdringt ihn Mit seinen Wurzeln Und wenn der Planet Zu klein ist Und die Affenbrotbäume Zu zahlreich sind Sprengen sie ihn in zwei Es ist eine Frage Der Disziplin Sagte mir später Der kleine Prinz Wenn man mit seiner Morgentoilette fertig ist Muss man sich ebenso Sorgfältig um die Toilette des Planeten Kümmern Man muss sich Regelmäßig dazu zwingen Die Affenbrotsprösslinge Auszureißen Sobald man sie Von den Rosensträuchern Unterscheiden kann Denen ähneln sie Nämlich sehr Wenn sie noch jung sind Das ist zwar Eine sehr langweilige Aber auch sehr leichte Arbeit Und eines Tages Riet er mir Ich solle mich Anstrengen Um eine schöne Zeichnung Zustande zu bringen Damit es den Kindern Bei mir zu Hause Auch richtig einleuchte Wenn sie eines Tages Auf die Reise gehen Sagte er zu mir Wird es ihnen nutzen Manchmal Macht es nichts Seine Arbeit Auf später zu verschieben Aber wenn es sich Um Affenbrotbäume handelt Führt das regelmäßig Zu einer Katastrophe Ich habe einen Planeten Gekannt Den ein Faulpelz Bewohnte Er hatte nur Drei Sträucher Vernachlässigt Und so habe ich Nach den Angaben Des kleinen Prinzen Eben diesen Planeten Gezeichnet Ich bin normalerweise Kein Moralprediger Aber die Bedrohung Durch Affenbrotbäume Ist so wenig bekannt Und die Gefahren Die jedem drohen Der sich auf einen Asteroiden verirrt Sind so gewaltig Dass ich mich diesmal Nicht zurückhalten kann Ich sage Kinder Hütet euch Vor den Affenbrotbäumen Um meine Freunde Vor einer Gefahr zu warnen Der sie Genau wie ich Ausgesetzt waren Ohne es zu ahnen Habe ich so sehr An dieser Zeichnung Gefeilt Die Warnung Die ich damit Geben möchte War der Mühe wert Vielleicht fragt Ihr euch Warum gibt es In diesem Buch Nicht noch andere Ebenso großartige Zeichnungen Wie die der Affenbrotbäume Die Antwort Ist ziemlich einfach Ich habe es probiert Aber es ist mir Nicht gelungen Als ich die Affenbrotbäume Zeichnete Trieb mich einfach Das blanke Entsetzen Kapitel 6 Ach kleiner Prinz Erst nach und nach Habe ich so dein kleines Schwermütiges Leben Verstanden Lange Zeit Hattest du keinen Anderen Zeitvertreib Als die Schönheit Der Sonnenuntergänge Ich erfuhr Dieses neue Detail Am Morgen des vierten Tages Als du mir sagtest Ich liebe Sonnenuntergänge sehr Lass uns einen Sonnenuntergang anschauen Aber da muss man noch warten Worauf denn warten? Warten bis die Sonne untergeht Du sahst zuerst sehr überrascht aus Und dann hast du über dich selbst gelacht Und du hast zu mir gesagt Ich denke immer noch Ich sei bei mir zu Hause In der Tat Wenn es Mittag In den Vereinigten Staaten ist Geht die Sonne Wie jedermann weiß In Frankreich unter Man müsste es In einer Minute Nach Frankreich schaffen Um dort einen Sonnenuntergang Erleben zu können Unglücklicherweise Ist Frankreich Viel zu weit weg Aber auf deinem So kleinen Planeten Genügte es Deinen Stuhl Um einige Schritte Weiter zu rücken Und du erlebtest Die Abenddämmerung So oft du es wünschtest An einem Tag Hab ich die Sonne Vierundvierzig Mal Untergehen sehen Und nach einer Pause Fügtest du hinzu Du weißt Wenn man sehr traurig ist Liebt man Sonnenuntergänge Am Tag mit den Vierundvierzig Sonnenuntergängen Warst du da sehr traurig Aber der kleine Prinz Antwortete nicht Kapitel 7 Am fünften Tag War es wieder Dem Schaf zu verdanken Dass mir ein Geheimnis Im Leben des kleinen Prinzen Offenbart wurde Er fragte gerade heraus Ohne Umschweife Als hätte er lange Zeit Im Stillen Über das Problem Nachgedacht Ein Schaf Das Sträucher frisst Frisst das auch Blumen Ein Schaf frisst Alles Was ihm unterkommt Auch die Blumen Die Dornen haben Ja Auch die Blumen Die Dornen haben Wozu Sind dann die Dornen Gut Ich wusste es nicht Ich war gerade Gar nichts gut Die Blumen Haben sie aus Der kleine Prinz Das beschämte Das beschämte mich Ein wenig Den ganzen Tag Wiederholt er wie du Ich bin ein ernsthafter Mann Ich bin ein ernsthafter Mann Und er platzt fast vor Hochmut Aber das ist kein Mensch Das ist ein Pilz Ein was? Ein Pilz Der kleine Prinz war jetzt Ganz blass vor Zorn Seit Millionen von Jahren Ist es so Dass die Blumen Dornen hervorbringen Seit Millionen von Jahren Ist es so Dass die Schafe Trotzdem die Blumen fressen Und es soll nichts Ernstes sein Wenn man zu verstehen versucht Warum sie sich So viel Mühe geben Dornen hervorzubringen Die angeblich Keinen Zweck haben Ist der Kampf Der Schafe Und der Blumen Der nicht wichtig Ist das nicht Ernster und wichtiger Als die Additionen Eines dicken Roten Mannes Und wenn ich Eine Blume kenne Einzigartig Auf der Welt Die nirgendwo anders Existiert Als nur auf meinem Planeten Und die Ein kleines Schaf Ohne zu wissen Was es tut Einfach so Eines Morgens Mit einem einzigen Biss Auslöschen kann Das soll nicht wichtig sein Seine Wangen röteten sich Und er sprach weiter Wenn einer eine Blume liebt Die es nur ein einziges Mal Auf allen Millionen Und Abermillionen Sternen gibt Dann genügt es Dass er zu ihnen hinaufschaut Um glücklich zu sein Er sagt sich Meine Blume Ist da oben irgendwo Aber wenn das Schaf Die Blume frisst Dann ist das so Als würden plötzlich Alle Sterne verlöschen Und das soll nicht wichtig sein Er konnte nichts mehr sagen Er brach plötzlich In Tränen aus Es war Nacht geworden Ich hatte mein Werkzeug weggelegt Ich wusste nicht mehr Ich wusste nicht mehr was ich sagen sollte Ich kam mir sehr unbeholfen vor Ich wusste nicht wie ich ihn erreichen Wie ich zu ihm durchdringen konnte Es ist so geheimnisvoll Das Land der Tränen Kapitel 8 Schnell sollte ich jene Blume besser kennenlernen Auf dem Planeten des kleinen Prinzen Hatte es schon immer Blumen gegeben Sehr schlichte Umrahmt mit einem einzigen Kranz Von Blütenblättern Und sie brauchten nicht viel Platz Und störten niemanden Sie tauchten eines Morgens im Gras auf Und verschwanden am Abend Jene besondere aber Hatte eines Tages gekeimt Aus einem Samen Von woher auch immer Und der kleine Prinz Hatte diesen Spross ganz genau beobachtet Denn er unterschied sich deutlich Von den anderen Sprösslingen Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein Aber der Stängel hörte bald aufzuwachsen Und begann eine Blüte auszubilden Der kleine Prinz Der die Entstehung einer riesigen Knospe beobachtete Fühlte schon Dass aus ihr eine wunderschöne Erscheinung Hervorgehen würde Aber die Blume wurde einfach nicht fertig damit Sich im Schutz ihrer grünen Kammer Auf das Schönsein vorzubereiten Sie wählte mit Sorgfalt ihre Farben Sie zog sich langsam an Sie ordnete ihre Blütenblätter Eins nach dem anderen Sie wollte nicht wie die Mohnblüten Ganz zerknittert aufgehen Sie wollte nicht anders erscheinen Als in der vollen Pracht ihrer Schönheit Ja, sie war sehr kokett Ihr geheimnisvolles Zurechtmachen Hatte also Tage und Tage gedauert Und dann eines Morgens Gerade zur Stunde des Sonnenaufganges Zeigte sie sich Und dann Nachdem sie mit solcher Präzision gearbeitet hatte Sagte sie gähnend Ach, ich bin gerade erst aufgewacht Ich bitte um Verzeihung Ich bin noch ganz zerzaust Da konnte der kleine Prinz Seine Bewunderung nicht mehr zurückhalten Wie schön sie sind Nicht wahr? Antwortete die Blume sanft Und ich bin im gleichen Moment Wie die Sonne geboren Der kleine Prinz merkte gleich Dass sie nicht allzu bescheiden war Aber sie war so hinreißend Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück Bemerkte sie später an Hätten sie die Güte an mich zu denken? Und völlig verwirrt war der kleine Prinz Eine Gießkanne mit frischem Wasser holen gegangen Und hatte die Blume bedient Bald schon hatte sie ihn oft Mit ihrer leicht verletzbaren Eitelkeit gequält Eines Tages zum Beispiel Als sie von ihren vier Dornen sprach Hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt Sie sollen nur kommen Die Tiger mit ihren Krallen Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten Hatte der kleine Prinz eingewendet Und außerdem fressen Tiger kein Gras Ich bin kein Gras Hatte die Blume sanft geantwortet Verzeihen Sie mir Ich fürchte mich nicht vor den Tigern Aber mir graut vor Zugluft Hätten Sie nicht einen Wandschirm? Ihr graut vor Zugluft Das ist Pech für eine Pflanze Hatte sich der kleine Prinz gedacht Diese Blume ist nicht unkompliziert Am Abend Stellen Sie mich unter eine Glasglocke Es ist sehr kalt bei Ihnen Das ist schlecht eingerichtet Da wo ich herkomme Aber sie hatte sich unterbrochen Sie war in Form eines Samenkorns hierher gekommen Von anderen Welten konnte sie nichts wissen Beschämt sich bei einer solch einfältigen Lüge Ertappen zu lassen Hatte sie zwei oder dreimal gehustet Um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen Der Wandschirm? Ich wollte ihn gerade holen Aber sie sprachen mit mir Dann hatte sie sich angestrengt Noch mal und stärker zu husten Um ihm trotzdem ein schlechtes Gewissen zu bereiten So hatte der kleine Prinz Trotz seiner aufrichtigen Liebe Rasch an ihr zu zweifeln begonnen Er hatte ihre belanglosen Worte ernst genommen Und war sehr unglücklich geworden Ich hätte nicht auf sie hören dürfen Gestand er mir eines Tages Man darf nie auf Blumen hören Man muss sie anschauen und an ihnen riechen Die meine erfüllte den Planeten mit Duft Aber ich konnte mich nicht mehr daran erfreuen Diese Geschichte mit den Krallen Die mich so gereizt hat Hätte Mitleid bei mir hervorrufen sollen Er vertraute mir noch an Ich habe das damals nicht kapiert Ich hätte sie nach ihrem Tun Und nicht nach ihren Worten beurteilen müssen Sie duftete und glühte für mich Ich hätte niemals fliehen dürfen Ich hätte ihre Zärtlichkeit Hinter den armseligen Tricks erraten müssen Die Blumen sind so widersprüchlich Aber ich war zu jung Um lieben zu können Kapitel 9 Ich glaube, dass er für seine Flucht Einen Zug Wildvögel nutzte Am Morgen seiner Abreise Räumte er seinen Planeten gründlich auf Er fegte sorgfältig seine aktiven Vulkane Er besaß zwei aktive Vulkane Das war sehr praktisch Um morgens ein warmes Frühstück zuzubereiten Er hatte auch einen erloschenen Vulkan Aber wie er zu sagen pflegte Man kann nie wissen Also kehrte er auch den erloschenen Vulkan Wenn sie gut gefegt werden Brennen die Vulkane sanft und regelmäßig Ohne Ausbrüche Die Ausbrüche der Vulkane Sind wie Kaminbrände Natürlich sind wir auf unserer Erde Viel zu klein, um die Vulkane zu fegen Darum machen sie uns so viel Ärger Auch riss der kleine Prinz ein bisschen schwermütig Die letzten Triebe der Affenbrotbäume aus Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde Aber diese ganzen vertrauten Handgriffe Erschienen ihm an diesem Morgen äußerst angenehm Und als er die Blume zum letzten Mal begoss Und gerade dabei war, sie unter die Glasklocke zu stellen Mußte er plötzlich weinen »Leb wohl«, sagte er zu der Blume Aber sie antwortete ihm nicht »Leb wohl«, wiederholte er Die Blume hustete Aber das war nicht die Erkältung »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich »Ich bitte dich um Verzeihung »Versuche glücklich zu werden« Es überraschte ihn, daß keine Vorwürfe kamen Er stand ganz verwirrt da, die Glasklocke in der Hand Er verstand ihre stille Sanftmut nicht »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume »Du hast es nicht gewusst« »Das ist meine Schuld« »Das ist jetzt unwichtig« »Aber du warst genauso dumm wie ich« »Probiere glücklich zu sein« »Lass diese Glasklocke liegen, ich will sie nicht mehr« »Aber der Wind, ich bin gar nicht so stark erkältet, daß die frische Nachtluft wird mir guttun Ich bin eine Blume Aber die Tiere Ich muß wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich Schmetterlinge kennenlernen will Die scheinen ja sehr schön zu sein Sonst wird mich ja wohl kaum jemand besuchen Du wirst weit weg sein Aber was die großen Tiere betrifft, fürchte ich mich nicht Ich habe meine Krallen« Und sie zeigte naiv ihre vier Dornen Und sagte dann »Jetzt zieh es nicht so in die Länge« »Das halte ich nicht aus« »Du hast dich entschlossen zu gehen, also geh« Denn sie wollte nicht, daß er sie weinen sah Sie war eine stolze Blume Kapitel 10 Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330 Er begann also, sie zu besuchen, um sich abzulenken und vielleicht Neues zu entdecken Auf dem ersten wohnte ein König, der König saß ganz in Purpur und Hermelin gekleidet, auf einem sehr schlichten und dennoch majestätischen Thron »Ah, sieh da, ein Untertan«, rief der König, als er den kleinen Prinzen erblickte Und der kleine Prinz fragte sich »Wie kann er mich kennen, wenn er mich noch nie im Leben gesehen hat?« Es war ihm nicht klar, daß für Könige die Welt sehr simpel ist »Alle Menschen sind Untertanen« »Komm näher her, damit ich dich genauer betrachten kann«, sagte der König, der ganz stolz war, endlich einmal jemanden zu haben, der zu ihm aufguckte Der kleine Prinz schaute sich nach einem Hocker um, aber der ganze Planet war von dem prächtigen Hermelinmantel eingehüllt Er blieb also stehen, und weil er müde war, gähnte er »Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen«, sagte der Monarch »Ich verbiete es dir« »Ich kann nichts dagegen tun«, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt »Ich habe eine weite Reise hinter mir und nicht geschlafen« »Dann«, sagte der König »befehle ich dir zu gähnen« »Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen« »Das Gähnen ist für mich eine Rarität« »Los, gähne noch einmal« »Das ist ein Befehl« »Das verunsichert mich« »Ich kann nicht mehr«, sagte der kleine Prinz und errötete »Hm, hm«, antwortete der König »Also dann befehle ich dir, mal zu gähnen und mal« »Er grummelte ein bisschen und schien eingeschnappt« »Denn der König legte großen Wert darauf, daß seine Autorität respektiert wird« »Er duldete keinen Ungehorsam« »Er war ein absoluter Herrscher« »Aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle« »Wenn ich befehlen würde«, sagte er oft, »wenn ich einem General befehlen würde, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld« »Darf ich mich setzen?« fragte der kleine Prinz schüchtern »Ich befehle dir, dich zu setzen«, antwortete der König und zog majestätisch einen Zipfel seines Hermelinmantels an sich heran Doch der kleine Prinz staunte »Der Planet war winzig klein« »Worüber konnte der König wohl herrschen?« »Majestät«, sagte er zu ihm »Ich bitte um Verzeihung, daß ich euch frage« »Ich befehle dir, mich zu fragen«, antwortete der König schnell »Majestät«, »worüber herrscht ihr?« »Über alles«, antwortete der König mit großer Schlichtheit »Über alles« Der König wies mit einer bedeutsamen Geste auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und die Sterne »Über all das?«, fragte der kleine Prinz »Über all das«, antwortete der König »Denn er war nicht nur ein absoluter Herrscher, sondern ein universeller Herrscher« »Und die Sterne gehorchen euch?« »Gewiß«, sagte der König, »sie gehorchen prompt, ungehorsam dulde ich nicht« Eine solche Macht beeindruckte den kleinen Prinzen. Wenn er sie selbst gehabt hätte, hätte er nicht vierundvierzig, sondern zweiundsiebzig oder sogar hundert oder sogar zweihundert Sonnenuntergänge an ein und demselben Tag sehen können, ohne auch nur einmal seinen Stuhl verrücken zu müssen. Und weil er sich, wenn er an seinen kleinen verlassenen Planeten dachte, ein wenig traurig fühlte, faßte er sich ein Herz und bat den König um eine Gunst. »Ich würde so gern einen Sonnenuntergang sehen, macht mir die Freude, befehlt der Sonne unterzugehen.« »Wenn ich einem General befehlen würde, von einer Blume zur anderen zu fliegen wie ein Schmetterling oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn der General den Befehl nicht ausführte, wessen Schuld wäre das? Seine oder meine?« »Es wäre eure,« sagte der kleine Prinz überzeugt, »richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann,« antwortete der König. »Die Autorität beruht zunächst auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befiehlst, sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind.« »Und was ist mit meinem Sonnenuntergang?« hakte der kleine Prinz nach, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie erst einmal gestellt hatte. »Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber nach meiner Art zu herrschen werde ich abwarten, bis die Umstände dafür günstig sind.« »Wann wird das sein?« fragte der kleine Prinz. »Hm, hm,« antwortete der König und schaute erst einmal in einen großen Kalender. »Hm, hm, das wird sein gegen, gegen, das wird heute Abend gegen sieben Uhr vierzig sein, und du wirst sehen, wie perfekt man mir gehorcht.« Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang, und außerdem langweilte er sich schon ein bisschen. »Ich habe hier nichts mehr zu tun,« sagte er zum König, »ich muss weiter.« »Reise nicht ab,« antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben, »reise nicht ab. Ich mache dich zum Minister.« »Zu was für einem Minister?« »Zum, zum Justizminister.« »Aber es gibt niemanden, über den man richten könnte.« »Das weiß man nicht,« sagte der König, »ich habe noch keinen Rundgang um mein Königreich gemacht. Ich bin sehr alt, ich habe keinen Platz für einen Wagen, und das Gehen macht mich müde.« »Oh, aber ich habe es schon gesehen,« sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um noch einmal einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. »Dort drüben ist auch niemand.« »Du wirst also über dich selbst richten,« antwortete ihm der König, »das ist das Schwierigste. Es ist viel schwerer, über sich selbst zu urteilen als über andere. Wenn es dir gelingt, gut über dich selbst zu richten, dann bist du ein wirklicher Weiser.« »Über mich selbst richten kann ich überall,« sagte der kleine Prinz, »dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.« »Hm, hm,« sagte der König, »ich vermute, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich kann sie nachts hören. Du könntest über diese alte Ratte richten. Ab und zu verurteilst du sie zum Tode. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt ja nur diese eine. Ich mag es nicht, Todesurteile auszusprechen,« antwortete der kleine Prinz, »und ich glaube, ich muss jetzt los.« »Nein,« sagte der König. Aber der kleine Prinz, der schon abmarschbereit war, wollte den alten Monarchen nicht verletzen. »Wenn eure Majestät prompten Gehorsam wünschen, könnte sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Ihr könntet mir zum Beispiel befehlen, binnen einer Minute aufzubrechen. Es scheint mir, dass die Umstände gerade günstig sind.« Weil der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz noch etwas und brach dann seufzend auf. »Ich mache dich zu meinem Botschafter,« rief ihm der König noch schnell nach, ergab sich den Anschein großer Autorität. »Die Erwachsenen sind schon seltsam,« sagte der kleine Prinz zu sich selbst auf seiner Reise. Kapitel 11 Der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. »Ah, ah, sieh da, Besuch von einem Bewunderer,« rief der Eitle von Weitem, sobald er den kleinen Prinzen erblickte. »Denn für die Eitlen sind alle anderen Menschen Bewunderer.« »Guten Tag,« sagte der kleine Prinz, »Sie haben ja einen seltsamen Hut auf.« »Der ist zum Grüßen,« antwortete ihm der Eitle, »zum Grüßen, wenn man mir zujubelt. Unglücklicherweise kommt hier nie jemand vorbei.« »Ach ja,« sagte der kleine Prinz, der nicht wusste, was er meinte. »Klatsch mal in die Hände,« schlug ihm der Eitle deshalb vor. Der kleine Prinz klatschte. Der Eitle lüpfte seinen Hut und grüßte bescheiden damit. »Das ist amüsanter als der Besuch beim König,« sagte sich der kleine Prinz, und er klatschte nochmals in die Hände. Der Eitle fing wieder an, seinen Hut anzuheben, um zu grüßen. Nach fünf Minuten war der kleine Prinz des eintönigen Spiels leid. »Und was muss man tun?« fragte er, »damit der Hut herunterfällt?« Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören nichts außer Lobreden. »Bewunderst du mich ehrlich sehr?« fragte er den kleinen Prinzen. »Was bedeutet bewundern?« »Bewundern bedeutet erkennen, dass ich der Schönste, der Bestgekleidete, der Reichste und der Intelligenteste Mensch auf diesem Planeten bin. »Aber du bist ja alleine auf deinem Planeten. Sei so gut, bewundere mich trotzdem.« »Ich bewundere dich,« sagte der kleine Prinz und zuckte ein wenig mit den Schultern. »Aber warum ist das so wichtig für dich?« Der kleine Prinz machte sich davon. »Die Erwachsenen sind wirklich sehr, sehr merkwürdig,« sagte er im Stillen zu sich selbst während seiner Reise. Kapitel 12 »Warum trinkst du?« fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen,« antwortete der Trinker. »Um was zu vergessen?« erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn jetzt schon bedauerte. »Um zu vergessen, dass ich mich schäme,« gestand der Trinker und senkte den Kopf. »Weshalb schämst du dich?« erkundigte sich der kleine Prinz, der sich wünschte, ihm zu helfen. »Fürst trinken,« endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und ratlos machte sich der kleine Prinz davon. »Die Erwachsenen sind entschieden, sehr, sehr seltsam,« sagte er zu sich auf seiner Reise. Kapitel 13 Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er nicht einmal den Kopf hob, als der kleine Prinz ankam. »Guten Tag,« sagte dieser zu ihm, »Ihre Zigarette ist ausgegangen.« »Drei und zwei macht fünf, fünf und sieben zwölf, zwölf und drei fünfzehn, guten Tag, fünfzehn und sieben ist zweihundzwanzig, zweihundzwanzig und sechs achtundzwanzig, keine Zeit, sie wieder anzuzünden, sechsundzwanzig und fünf einunddreißig, uff, das macht also fünfhundert Millionen, sechshundert, zweihundzwanzigtausend, siebenhundertunddreißig. »Fünfhundert Millionen wovon?« »Nanu, du bist immer noch da.« »Fünfhundert und eine Million von?« »Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ernsthaft. Ich lasse mich nicht von Unsinn aufhalten. Zwei und fünf ist sieben.« »Fünfhundert eine Million wovon?«, wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, wenn er sie erst einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. »In den vierundfünfzig Jahren, die ich auf diesem Planeten wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal vor zweiundzwanzig Jahren durch einen Maikäfer, der von weiß Gott wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm, und ich habe vier Fehler in einer Addition gemacht. Das zweite Mal vor elf Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Mir fehlt es an Bewegung. Ich habe keine Zeit, um herzuschlendern. Ich bin ernsthaft.« »Und das ist nun das dritte Mal. Ich sage also, fünfhundert eine Million? Millionen wovon?« Der Geschäftsmann begriff, dass er keine Ruhe bekommen würde. »Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, die kleinen Dinger, die leuchten. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, die die Nichtstuer zum Träumen bringen. »Ich bin ernsthaft. Ich habe keine Zeit zum Träumen.« »Ach, die Sterne?« »Ja, genau, das, die Sterne.« »Und was machst du mit fünfhundert Millionen Sternen?« »Fünfhundert eine Million sechshundert zweieundzwanzig tausend siebenhundert einunddreißig. Ich bin ernst.« »Ich bin genau.« »Und was machst du mit diesen Sternen?« »Was ich mit ihnen mache?« »Ja.« »Nichts. Ich besitze sie.« »Du besitzt Sterne?« »Ja.« »Aber ich habe schon einen König getroffen, der...« »Könige besitzen nicht. Sie herrschen über. Das ist was ganz anderes.« »Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen?« »Das macht mich reich.« »Und was hast du davon, reich zu sein?« »Dann kann ich weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet.« »Der da«, sagte der kleine Prinz zu sich selbst, »der denkt ein bisschen wie mein Säufer.« Indessen stellte er noch weitere Fragen. »Wie kann man die Sterne besitzen?« »Wem gehören sie?« Erwiderte der Geschäftsmann mürrisch. »Ich weiß nicht niemandem.« »Dann gehören sie mir, denn ich habe als Erster daran gedacht.« »Das genügt?« »Sicher.« »Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann gehört er dir.« »Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, dann gehört sie dir.« »Wenn du als Erster eine Idee hast und du lässt sie patentieren, sie gehört dir.« »Und ich, ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen.« »Das ist wahr«, sagte der kleine Prinz. »Und was machst du mit ihnen?« »Ich verwalte sie.« »Ich zähle sie und zähle sie wieder«, sagte der Geschäftsmann. »Es ist kompliziert, aber ich bin ein ernsthafter Mann.« Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. »Wenn ich einen Schal besitze, kann ich ihn mir um meinen Hals legen und mitnehmen. Wenn ich eine Blume besitze, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber die Sterne kannst du nicht pflücken.« »Nein, aber ich kann sie auf die Bank bringen.« »Was soll das heißen?« »Das soll heißen, ich schreibe die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier und dann schließe ich dieses Papier in ein Schließfach ein.« »Und das ist alles?« »Das genügt?« »Das ist amüsant«, dachte der kleine Prinz. »Es ist recht poetisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen.« Der kleine Prinz hatte von den ernsthaften Dingen eine ganz andere Vorstellung als die Erwachsenen. »Ich«, sagte er noch, »ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche fege. Denn ich fege auch den, der erloschen ist. Man kann nie wissen. Es nützt meinen Vulkanen und es nützt meiner Blume, daß ich sie besitze. Aber du nützt den Sternen nicht.« Der Geschäftsmann öffnete den Mund. Aber ihm fiel keine Antwort ein, und der kleine Prinz verschwand. »Die Erwachsenen sind wirklich ganz außergewöhnlich,« sagte er sich einfach im Stillen auf der Reise. Kapitel 14 Der fünfte Planet war sehr seltsam. Er war der kleinste von allen. Da war gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus oder Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder brauchte. Doch er sagte zu sich selbst, »Kann schon sein, daß dieser Mann albern ist. Doch er ist weniger albern als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Wenigstens hat seine Arbeit einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne löscht, bringt es die Blume oder den Stern zum Einschlafen. Das ist eine sehr schöne Beschäftigung. Es ist wahrhaft nützlich, weil es schön ist.« Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder respektvoll. »Guten Tag!« »Warum hast du eben deine Laterne gelöscht?« »Das ist die Anweisung,« antwortete der Anzünder. »Guten Tag!« »Was ist die Anweisung?« »Meine Laterne zu löschen.« »Guten Abend!« Und er zündete sie wieder an. »Aber warum hast du sie schon wieder angezündet?« »Das ist die Anweisung,« antwortete der Anzünder. »Ich verstehe nicht,« sagte der kleine Prinz. »Da ist nichts zu verstehen,« sagte der Anzünder. »Anweisung ist Anweisung. Guten Tag!« Und er löschte seine Laterne wieder. Dann wischte er sich mit einem rot karierten Taschentuch die Stirn ab. »Ich mache da eine schreckliche Arbeit. Früher war es vernünftig. Ich löschte am Morgen und zündete am Abend an. Ich hatte den Rest des Tages, um mich auszuruhen und den Rest der Nacht, um zu schlafen.« »Und hat sich seit damals die Anweisung geändert?« »Die Anweisung hat sich nicht geändert,« sagte der Anzünder. »Das ist ja das Drama. Der Planet dreht sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller. Die Anweisung aber hat sich nicht geändert.« »Und?« sagte der kleine Prinz. »Und jetzt, da er eine Umdrehung in der Minute macht, habe ich keine ruhige Sekunde mehr. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche einmal aus.« »Das ist ja komisch. Die Tage dauern bei dir eine Minute?« »Das ist ganz und gar nicht komisch,« sagte der Anzünder. »Wir sprechen nun schon einen Monat lang miteinander.« »Ein Monat?« »Ja, dreißig Minuten, dreißig Tage. Guten Abend.« Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz betrachtete ihn. Und er mochte diesen Anzünder, der seiner Anweisung so treu war. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, denen er früher folgte und dafür seinen Stuhl zurechtgerückt hatte. Er wollte seinem Freund helfen. »Weißt du, ich kenne ein Mittel, dich auszuruhen, wann du wolltest.« »Ich will immer,« sagte der Anzünder. »Denn man kann nämlich treu und faul zugleich sein.« Der kleine Prinz fuhr fort. »Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Schritten herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Wenn du dich ausruhen willst, gehst du, und der Tag wird dann so lange dauern, wie du willst.« »Das bringt mich nicht viel weiter,« sagte der Anzünder. »Was ich im Leben liebe, ist schlafen.« »Das ist Pech,« sagte der kleine Prinz. »Das ist Pech,« sagte der Anzünder. »Guten Tag.« Und er löschte seine Laterne. »Der da,« sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, »er würde wohl von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, der mir nicht lächerlich erscheint. Vielleicht deswegen, weil er sich um etwas anderes kümmert als um sich selbst.« Er seufzte bedauernd und sagte sich noch, »Der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können, aber sein Planet ist wirklich zu klein. Da ist kein Platz für zwei.« Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesen gesegneten Planeten nachtrauerte, vor allem wegen der 1.440 Sonnenuntergänge in 24 Stunden. Kapitel 15 Der sechste Planet war zehnmal so groß. Auf ihm wohnte ein alter Herr, der mächtige Bücher schrieb. »Sieh mal einer an, ein Forscher!« rief er, als er den kleinen Prinzen erblickte. Der kleine Prinz setzte sich auf den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. »Woher kommst du?« fragte ihn der alte Herr. »Was ist das für ein dickes Buch?« sagte der kleine Prinz. »Was machen Sie da?« »Ich bin Geograf«, sagte der alte Herr. »Was ist ein Geograf?« »Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich Meere, Flüsse, Städte, Berge und Wüsten befinden.« »Das ist ja interessant«, sagte der kleine Prinz. »Das ist endlich mal ein richtiger Beruf.« Und er schaute sich auf den Planeten des Geografen um. Er hatte noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. »Er ist sehr schön, Ihr Planet. Gibt es hier Ozeane?« »Das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograf. »Ach«, der kleine Prinz war enttäuscht. »Und Berge? Das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograf. »Und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograf. »Aber Sie sind doch Geograf?« »Das ist richtig«, sagte der Geograf. »Aber ich bin kein Forscher. Mir fehlt es völlig an Forschern. Es ist nicht der Geograf, der die Städte, die Flüsse, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählt. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzuschlendern. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Erinnerungen auf. »Und wenn ihm die Erinnerungen von einem von ihnen interessant erscheinen, lässt der Geograf Informationen über den Lebenswandel des Forschers einholen.« »Warum das?« »Weil ein Forscher, der lügt, Katastrophen in den Geografiebüchern verursachen würde, und auch ein Forscher, der zu viel trinkt.« »Warum das?«, fragte der kleine Prinz. »Weil die Säufer doppelt sehen.« Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger ist. »Ich kenne jemanden,« sagte der kleine Prinz, »der wäre ein schlechter Forscher.« »Das ist möglich. Wenn also der Lebenswandel des Forschers in Ordnung zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung.« »Geht man nachsehen?« »Nein, das ist zu kompliziert.« »Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert.« »Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt.« »Verlangt man, dass er große Steine mitbringt.« Plötzlich war der Geograf aufgeregt. »Du, du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben.« Und der Geograf schlug sein Register auf und spitzte seinen Bleistift. Die Berichte der Forscher notiert man zunächst mit Bleistift. Mit Tinte schreibt man sie erst, wenn der Forscher Beweise geliefert hat. »Also?« fragte der Geograf. »Oh, bei mir zu Hause,« sagte der kleine Prinz, »ist es nicht sonderlich interessant. Es ist ganz klein. Ich habe drei Vulkane, zwei aktive Vulkane und einen erloschenen. Aber man weiß ja nie.« »Man weiß nie,« sagte der Geograf. »Ich habe auch eine Blume.« »Blumen schreiben wir nicht auf,« sagte der Geograf. »Warum?« »Sie sind das Schönste.« »Weil Blumen vergänglich sind.« »Was bedeutet vergänglich?« »Die Geografiebücher«, sagte der Geograf, »sind die zuverlässigsten Bücher von allen.« »Sie veralten nie.« »Es ist sehr selten, dass ein Berg den Platz wechselt.« »Es ist sehr selten, dass einem Ozean sein Wasser ausläuft.« »Wir schreiben die ewigen Dinge auf.« »Aber die erloschenen Vulkane können wieder erwachen,« unterbrach der kleine Prinz. »Was bedeutet vergänglich?« »Ob die Vulkane erloschen oder aktiv sind, für uns läuft es auf das Gleiche hinaus,« sagte der Geograf. »Was für uns zählt, ist der Berg. Der verändert sich nicht.« »Aber was bedeutet vergänglich?«, wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie von einer Frage abgelassen hatte, wenn er sie einmal gestellt hatte. »Das bedeutet von baldigem Verschwinden bedroht.« »Meine Blume ist von baldigem Verschwinden bedroht?« »Gewiß doch.« »Meine Blume ist vergänglich,« sagte sich der kleine Prinz, »und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren.« »Ich habe sie ganz alleine zu Hause gelassen.« Zum ersten Mal regte sich Reue bei ihm, aber er fasste wieder Mut. »Was raten Sie mir als nächstes zu besuchen?«, fragte er. »Den Planeten Erde,« antwortete ihm der Geograf. »Er hat einen guten Ruf.« Und der kleine Prinz machte sich auf, in Gedanken an seine Blume. Kapitel 16 »Rund zwei Milliarden Erwachsene.« »Um euch eine Vorstellung von den Maßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man dort vor der Erfindung der Elektrizität auf allen sechs Kontinenten zusammen eine regelrechte Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte.« Aus einigem Abstand betrachtet wirkte das prachtvoll. Die Bewegungen dieser Armee waren koordiniert, wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder aus Neuseeland und Australien. Wenn sie ihre Lampen angezündet hatten, gingen sie schlafen. Dann, als Nächste in der Reihe, betraten die Laternenanzünder von China und Sibirien die Szene. Dann verschwanden auch diese hinter den Kulissen. Daraufhin waren die Laternenanzünder aus Russland und Indien dran. Dann die von Afrika und Europa. Dann die von Südamerika. Dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war grandios. Bloß der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege mit der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voller Müßiggang und Bummelei. Sie arbeiteten zweimal im Jahr. Kapitel 17 Wenn man gewitzt sein will, kommt es vor, dass man ein bisschen lügt. Ich war nicht ganz ehrlich, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Es könnte sein, dass ich jemanden, der unseren Planeten nicht kennt, ein falsches Bild vermittle. Die Menschen nehmen nur sehr wenig Platz auf der Erde ein. Wenn sich die zwei Milliarden Einwohner, die auf der Erde leben, aufrecht und ein wenig gedrängt hinstellen würden, wie bei einer Versammlung, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite ohne weiteres unter. Man könnte die Menschheit auf der kleinsten Insel des Pazifiks zusammenpferchen. Die Erwachsenen werden euch das gewiß nicht glauben. Sie bilden sich ein, dass ihnen viel Platz zusteht. Sie halten sich für wichtig wie die Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, es auszurechnen. Sie lieben Zahlen. Das wird ihnen gefallen. Aber verschwendet eure Zeit nicht mit dieser Strafarbeit. Es ist zwecklos, glaubt mir. Als der kleine Prinz dann auf der Erde ankam, wunderte er sich ziemlich, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als sich ein mondfarbener Kringel im Sand bewegte. »Gute Nacht«, sagte der kleine Prinz aufs Geradewohl. »Gute Nacht«, sagte die Schlange. »Auf welchen Planeten bin ich gefallen?«, fragte der kleine Prinz. »Auf die Erde in Afrika«, antwortete die Schlange. »Ah, es ist also niemand auf der Erde?« »Hier ist die Wüste. Niemand ist in der Wüste. Die Erde ist groß«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und richtete seinen Blick hinauf zum Himmel. »Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den Seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er ist genau über uns. Wie weit weg er doch ist.« »Er ist schön«, sagte die Schlange. »Was machst du hier?« »Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume«, sagte der kleine Prinz. »Ah«, sagte die Schlange, und sie schwiegen. »Wo sind die Menschen?«, fragte der kleine Prinz weiter. »Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.« »Man ist auch bei den Menschen einsam«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz betrachtete sie lange. »Du bist ein komisches Tier«, sagte er schließlich, »dünn wie ein Finger.« »Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. »Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst ja nicht einmal reisen.« »Ich kann dich weiter tragen als ein Schiff«, sagte die Schlange. Sie schlang sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein Arm reif aus Gold. »Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, der er entsprungen ist«, sagte sie noch. »Aber du bist rein, und du kommst von einem Stern.« Der kleine Prinz antwortete nichts. »Du tust mir leid, schwach wie du bist, auf dieser Erde aus Granit. Ich kann dir helfen eines Tages, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. »Ich kann...« »Oh, ich habe schon verstanden«, sagte der kleine Prinz. »Aber weshalb sprichst du immer in Rätseln?« »Ich löse sie alle«, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Kapitel 18 Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume, einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz unbedeutenden Blume. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte die Blume. »Wo sind die Menschen?«, fragte der kleine Prinz höflich. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorbeiziehen sehen. »Die Menschen?« »Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo man sie findet. Der Wind treibt sie herum. Ihnen fehlen Wurzeln. Das ist sehr lästig für sie.« »Adieu«, sagte der kleine Prinz. »Adieu«, sagte die Blume. Kapitel 14 Der kleine Prinz bestieg einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er bis dahin gekannt hatte, waren die drei Vulkane, die ihm bis zum Knie gingen, und den erloschenen Vulkan benutzte er als Hocker. »Von einem Berg so hoch wie diesem«, sagte er sich also, »werde ich mit einem Blick den ganzen Planeten und alle Menschen sehen.« Aber er sah nichts als schroffe Felszacken. »Guten Tag«, sagte er aufs Geradewohl. »Guten Tag, guten Tag, guten Tag«, antwortete das Echo. »Wer seid ihr?«, sagte der kleine Prinz. »Wer seid ihr?«, antwortete das Echo. »Seid meine Freunde, ich bin allein«, sagte er. »Ich bin allein.«, bin allein. »Wer seid ihr?«, antwortete das Echo. »Was für ein komischer Planet«, dachte er da. »Er ist ganz trocken und ganz zackig und ganz salzig, und den Menschen mangelt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer als Erste.« Kapitel 20 Aber schließlich, nachdem der kleine Prinz lange über Sand, Steine und Schnee gelaufen war, entdeckte er endlich eine Straße. Und Straßen führen alle zu den Menschen.« »Guten Tag«, sagte er. »Es war da ein blühender Rosengarten.« »Guten Tag«, sagten die Rosen. Der kleine Prinz schaute sie an. Sie sahen alle aus wie seine Blume. »Wer seid ihr?«, fragte er sie verblüfft. »Wir sind Rosen«, sagten die Rosen. »Ach«, sagte der kleine Prinz. Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, sie sei im ganzen Universum die einzige ihrer Art. Und siehe da, es gab 5000 davon, eine wie die andere in einem einzigen Garten. »Sie wäre sehr beleidigt«, sagte er sich, »wenn sie das sähe. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als würde sie sterben, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste so tun, als pflegte ich sie, denn wenn nicht, ließe sie sich wirklich sterben, nur um mich auch zu demütigen.« Dann sagte er sich noch, »ich hielt mich für reich dank einer einzigen Blume, doch besitze ich nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen, und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen besonders großen Prinzen.« Und er legte sich ins Gras und weinte. Kapitel 21 Da tauchte der Fuchs auf. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete der kleine Prinz höflich und drehte sich um, sah jedoch nichts. »Hier bin ich«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr schön.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm, spiel mit mir«, schlug der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin nicht gezähmt.« »Ja, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. Aber nach einigem Überlegen fügte er hinzu. »Was bedeutet Zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet Zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und Jagen. Das ist sehr lästig. Sie halten auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse.« »Suchst du Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz. »Ich suche Freunde.« »Was heißt Zähmen?« »Das ist eine Sache, die allzu sehr in Vergessenheit geraten ist«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet Bande knüpfen.« »Bande knüpfen?« »Gewiß«, sagte der Fuchs. »Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Junge, wie hunderttausend andere kleine Jungen. Und ich brauche dich nicht. Und du brauchst auch mich nicht. Ich bin für dich nur ein Fuchs, gleich hunderttausend anderen Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig auf der Welt sein. Ich werde für dich einzigartig auf der Welt sein.« »Ich fange an zu verstehen«, sagte der kleine Prinz. »Es gibt da eine Blume.« »Ich glaube, sie hat mich gezähmt.« »Das ist schon möglich«, sagte der Fuchs. »Man sieht auf der Erde so allerhand.« »Oh, das ist nicht auf der Erde«, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr interessiert. »Auf einem anderen Planeten?« »Ja.« »Gibt es Jäger auf diesem Planeten?« »Nein.« »Das ist ja interessant. Und Hühner?« »Nein.« »Nichts ist vollkommen«, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. »Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander. Und alle Menschen gleichen einander.« »Ich langweile mich also ein bisschen. Aber wenn du mich zähmst, wird die Sonne in meinem Leben aufgehen. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Fremde Schritte lassen mich unter die Erde flüchten. Deine werden mich aus dem Bau hervorlocken wie Musik. Und dann schau da. Du siehst die Weizenfelder dort? Ich esse kein Brot. Der Weizen ist für mich belanglos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast goldenes Haar. Darum wird es wunderbar sein, wenn du mich gezähmt hast. Der goldfarbene Weizen wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes in den Weizenfeldern lieben.« Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. »Bitte, zähme mich«, sagte er. »Ich möchte gern«, antwortete der kleine Prinz. »Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.« »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig im Laden. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund haben möchtest, zähme mich.« »Was muss ich dafür tun?«, sagte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein Stück weit entfernt von mir ins Gras. Ich werde dich aus dem Augenwinkel beobachten, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du ein bisschen näher heranrücken.« Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. »Es wäre besser gewesen, zur gleichen Zeit wieder zu kommen«, sagte der Fuchs. »Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je weiter die Zeit rückt, um so glücklicher werde ich mich fühlen. Um vier Uhr werde ich dann schon beunruhigt sein und mir Sorgen machen. Ich werde entdecken, wie wertvoll das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, werde ich nie wissen, wann mein Herz sich darauf vorbereiten soll. Es muss feste Bräuche geben.« »Was ist ein fester Brauch?«, sagte der kleine Prinz. »Das ist auch etwas, das sehr in Vergessenheit geraten ist«, sagte der Fuchs. »Es ist das, was einen Tag von den anderen Tagen hervorhebt, und eine Stunde von den anderen Stunden.« »Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Jeden Donnerstag tanzen sie mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag.« »Ich flaniere dann bis zum Weinberg. Wenn die Jäger einfach irgendwann tanzen würden, wären die Tage alle gleich, und ich hätte niemals frei.« Also zähmte der kleine Prinz den Fuchs. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, »ach«, sagte der Fuchs, »ich werde weinen.« »Du bist selbst schuld«, sagte der kleine Prinz. »Ich wünschte dir nichts Übles, aber du wolltest ja, dass ich dich zähme.« »Gewiß«, sagte der Fuchs. »Aber du wirst weinen«, sagte der kleine Prinz. »Gewiß«, sagte der Fuchs. »So hast du nichts damit gewonnen.« »Ich habe daran gewonnen«, sagte der Fuchs, »schon der Farbe des Weizens wegen.« Dann fügte er noch hinzu, »geh die Rosen noch mal anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzigartig auf der Welt ist. Dann wirst du wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken.« Der kleine Prinz ging, sich noch mal die Rosen anzusehen. »Ihr gleicht meiner Rose überhaupt nicht. Ihr seid noch nichts«, sagte er zu ihnen. »Niemand hat euch gezähmt, und ihr habt niemanden gezähmt. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Er war nur ein Fuchs, wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einmalig auf der Welt.« Und die Rosen schienen arg beschämt. »Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagte er noch. »Man kann für euch nicht sterben. Gewiß irgendjemand, der vorbeigeht, könnte glauben, meine Rose sei euch ähnlich. Aber sie allein ist wichtiger als ihr alle, denn sie ist es, die ich gegossen habe. Sie habe ich unter die Glasglocke gestellt. Sie habe ich mit dem Wandschirm geschützt. Sie ist es, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder dreien wegen der Schmetterlinge. Sie ist es, der ich zuhörte, wenn sie jammerte oder sich rühmte oder manchmal sogar schwieg. Denn sie ist meine Rose.« Und er ging zurück zum Fuchs. »Adieu«, sagte er. »Adieu«, sagte der Fuchs. »Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« »Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Zeit, die du an deine Rose verloren hast, macht deine Rose so wichtig.« »Die Zeit, die ich an meine Rose verloren habe«, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs. »Aber du darfst sie niemals vergessen. Du wirst für immer verantwortlich sein für die, die du gezähmt hast.« »Du bist verantwortlich für deine Rose.« »Ich bin verantwortlich für meine Rose«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken. Kapitel 22 »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte der Weichensteller. »Was machst du da?«, sagte der kleine Prinz. »Ich sortiere die Reisenden.« »In Paketen zu tausend«, sagte der Weichensteller. »Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, mal nach rechts, mal nach links.« Und ein hell erleuchteter Schnellzug, grollend wie der Donner, ließ das Weichensteller Häuschen erzittern. »Die haben es recht eilig«, sagte der kleine Prinz. »Was suchen sie?« »Selbst der Mann in der Lokomotive weiß es nicht«, sagte der Weichensteller. Und in die andere Richtung grollte ein zweiter erleuchteter Schnellzug. »Sie kommen schon zurück«, fragte der kleine Prinz. »Das sind nicht dieselben«, sagte der Weichensteller. »Es wechselt.« »Waren sie nicht zufrieden dort, wo sie waren? Man ist nie dort zufrieden, wo man ist«, sagte der Weichensteller. Und es grollte der Donner eines dritten gleißenden Schnellzuges. »Sind die hinter den ersten Reisenden her?«, fragte der kleine Prinz. »Sie sind hinter gar nichts her«, sagte der Weichensteller. »Sie schlafen dort drinnen, oder sie gähnen auch, nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben.« »Nur die Kinder wissen, was sie suchen«, sagte der kleine Prinz. »Sie vertreiben sich die Zeit mit einer Stoffpuppe. Und die Puppe wird ihnen sehr wichtig, und wenn man sie ihnen wegnimmt, weinen sie.« »Sie haben Glück«, sagte der Weichensteller. Kapitel 23 »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte der Händler. Er handelte mit hochwirksamen Pillen, die den Durst stillen. Man schluckt sie einmal in der Woche und verspürt kein Bedürfnis mehr zu trinken. »Warum verkaufst du das?«, sagte der kleine Prinz. »Das spart viel Zeit«, sagte der Händler. »Die Experten haben Berechnungen gemacht. Man spart 53 Minuten pro Woche.« »Und was macht man mit diesen 53 Minuten?« »Man macht damit, was man will.« »Wenn ich 53 Minuten übrig hätte«, sagte der kleine Prinz, »würde ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen.« Kapitel 24 Der achte Tag meiner Panne in der Wüste war gekommen, und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrates trank. »Ach«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »sie sind zwar schön, deine Erinnerungen, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert. Ich habe nichts mehr zu trinken, und auch ich wäre glücklich, wenn ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen könnte.« »Mein Freund, der Fuchs«, sagte er, »mein kleiner Kerl, es geht jetzt nicht mehr um den Fuchs.« »Warum?« »Weil wir verdursten werden.« Er verstand meine Überlegung nicht. Er antwortete, »es ist gut, einen Freund zu haben, selbst wenn man sterben wird. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte.« »Er erkennt die Gefahr nicht«, sagte ich mir, »er hat niemals Hunger oder Durst. Ein bisschen Sonne genügt ihm.« Doch er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken. »Ich habe auch Durst. Lass uns einen Brunnen suchen.« Ich machte eine Geste des Überdrusses. »Es ist sinnlos, in der unermesslichen Weite der Wüste auf gut Glück einen Brunnen zu suchen, und dennoch machten wir uns auf den Weg.« Nachdem wir stundenlang schweigend dahin gegangen waren, brach die Nacht herein, und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah wie im Traum, denn ich hatte verdurst, ein wenig Fieber. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten in meinem Kopf herum. »Du hast also auch Durst?« fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage, er sagte nur, »Wasser kann auch für das Herz gut sein.« Ich verstand seine Antwort nicht, aber ich schwieg. Ich wusste zu gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde, er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn, und nach einer kurzen Pause sagte er noch, »Die Sterne sind schön, wegen einer Blume, die man nicht sieht.« Und ich antwortete gewiss und betrachtete wortlos die Falten des Sandes im Mondlicht. »Die Wüste ist schön,« fügte er hinzu. »Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne, man sieht nichts, man hört nichts, und dennoch strahlt in der Stille eine Kraft.« »Was die Wüste schöner macht,« sagte der kleine Prinz, »ist, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt.« Ich war überrascht, plötzlich dieses geheimnisvolle Strahlen des Sandes zu verstehen. Als ich ein kleiner Junge war, wohnte ich in einem alten Haus, und die Legende erzählte, dass ein Schatz darin verborgen sei. Sicher, es hat ihn niemals jemand finden können, vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht, aber er verzauberte das ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis am Grunde seines Herzens. »Ja,« sagte ich zum kleinen Prinzen, »ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt, der Kern ihrer Schönheit ist unsichtbar.« »Ich bin froh,« sagte er, »dass du meinem Fuchs zustimmst.« Der kleine Prinz schlief ein. So nahm ich ihn in die Arme und ging weiter. Ich war gerührt. Es kam mir vor, als trüge ich einen zerbrechlichen Schatz. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts zerbrechlicheres auf der Welt. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Wind zitternden Haarsträhnen, und ich sagte mir, »Was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Wesentliche ist unsichtbar.« Da seine halb geöffneten Lippen ein wenig lächelten, sagte ich mir noch, »was mich an diesen kleinen, eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu seiner Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft.« Und er schien mir noch zerbrechlicher als bisher. Lampen muss man gut schützen, ein Windstoß kann sie auslöschen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Kapitel 25 »Die Leute«, sagte der kleine Prinz, »drängeln sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, was sie suchen. Darum sind sie hektisch und drehen sich im Kreis.« Und er fügte hinzu, »das ist nicht die Mühe wert.« Der Brunnen, den wir erreicht hatten, sah nicht aus wie ein üblicher Brunnen in der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache in den Sand gegrabene Löcher. Der da aber sah aus wie ein Dorfbrunnen. Aber es war kein Dorf da, und ich glaubte zu träumen.« »Das ist merkwürdig«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »alles ist bereit, die Laufrolle der Eimer und das Seil.« Er lachte, nahm das Seil, setzte die Laufrolle in Gang, und die Rolle ächzte, wie eine alte Wetterfahne ächzt, wenn der Wind für lange Zeit geschlafen hatte. »Hörst du«, sagte der kleine Prinz, »wir wecken den Brunnen auf, und er singt?« Ich wollte nicht, dass er sich anstrengte. »Lass mich das machen«, sagte ich, »das ist zu schwer für dich.« Langsam zog ich den Eimer bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön gerade hin. In meinen Ohren hörte ich noch das Singen der Laufrolle, und im schwappenden Wasser sah ich die Sonne funkeln. »Ich habe Durst nach diesem Wasser«, sagte der kleine Prinz, »gib mir zu trinken.« Und ich begriff, was er gesucht hatte. Ich hob den Eimer an seine Lippen, er trank, die Augen geschlossen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als nur Nahrung. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Laufrolle, aus der Anstrengung meiner Arme. Es war gut für das Herz, wie ein Geschenk. Genau wie damals, als ich ein kleiner Junge war, als die Lichter des Weihnachtsbaumes, die Musik der Mitternachtsmesse, die strahlenden Gesichter, erst die Wirkung der Weihnachtsgeschenke ausmachten, die ich bekam. »Die Menschen bei dir zu Hause«, sagte der kleine Prinz, »züchten 5000 Rosen in einem einzigen Garten und finden doch nicht das, was sie suchen.« »Sie finden es nicht«, antwortete ich, »und dabei könnten sie das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein wenig Wasser finden.« »Ganz gewiss«, antwortete ich. Und der kleine Prinz fügte hinzu, »aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen.« »Ich hatte getrunken, ich atmete gut durch. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe von Honig. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum nur belastete mich etwas?« »Du musst dein Versprechen halten«, sagte der kleine Prinz sanft, als er sich wieder zu mir gesetzt hatte. »Welches Versprechen?« »Du weißt, der Maulkorb für mein Schaf? Ich bin verantwortlich für diese Blume.« Ich zog meine Zeichnungen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, »deine Affenbrotbäume, sie sehen ein bisschen aus wie Kohlköpfe.« »Oh!« »Und ich war so stolz auf die Affenbrotbäume.« »Dein Fuchs, seine Ohren, sie sehen ein bisschen aus wie Hörner. Und sie sind zu lang.« Und er lachte wieder. »Du bist ungerecht, kleiner Kerl. Ich konnte nichts zeichnen als geschlossene und offene Riesenschlangen.« »Ach, es wird schon gehen«, sagte er. »Die Kinder wissen ja Bescheid.« Ich kritzelte also einen Maulkorb hin und gab ihn mit beklommenem Herzen an ihn. »Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß.« Aber er antwortete mir nicht. Er sagte, »Weißt du, mein Sturz auf die Erde, morgen wird es genau ein Jahr sein.« Dann, nach einer kurzen Pause, sagte er noch, »Ich bin hier ganz in der Nähe heruntergefallen.« Und er errötete. Und wieder, ohne zu verstehen, warum, empfand ich einen merkwürdigen Kummer. Zugleich kam mir eine Frage in den Sinn. »Dann war es kein Zufall, dass du vor acht Tagen am Morgen, als ich dich kennenlernte, ganz allein tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt spazieren gingst? Du wolltest zurück zum Ort deines Absturzes?« Der kleine Prinz errötete noch mehr. »Zögernd fügte ich noch an. »Vielleicht wegen des Jahrestages?« Der kleine Prinz errötete erneut. Er antwortete nie auf Fragen, aber wenn man errötet, so bedeutet das ja, nicht wahr?« »Ach«, sagte ich, »ich habe Angst.« Aber er antwortete mir, »Du musst jetzt arbeiten, du musst zurück zu deiner Maschine. Ich warte hier auf dich. Komm morgen Abend wieder.« Das beruhigte mich nicht. Ich musste an den Fuchs denken. Man läuft Gefahr, ein wenig zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Kapitel 26 Neben dem Brunnen war eine alte, verfallene Steinmauer. Als ich am folgenden Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich von Weitem meinen kleinen Prinzen dort oben sitzen, die Beine baumelnd, und ich hörte ihn reden. »Du erinnerst dich also nicht?« sagte er. »Es ist nicht ganz genau hier.« Anscheinend antwortete ihm jemand, denn er erwiderte, »Doch, doch, es ist genau der Tag, aber der Ort stimmt nicht genau.« Ich ging weiter in Richtung Mauer. Weder sah noch hörte ich jemanden, dennoch erwiderte der kleine Prinz erneut, »Gewiß, du wirst sehen, wo meine Spur im Sand anfängt. Du brauchst nur dort auf mich zu warten. Ich werde heut Nacht dort sein.« Ich war zwanzig Meter von der Mauer entfernt und sah immer noch nichts. Der kleine Prinz sagte noch nach einer Pause, »Hast du gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt?« Ich blieb stehen. Das Herz zog sich mir zusammen, aber ich verstand noch immer nicht. »Nun verschwinde,« sagte er, »Ich will herabsteigen.« Da schaute ich selbst zum Fuß der Mauer und sprang seitwärts vor Schreck. Da war, zum kleinen Prinzen aufgerichtet, eine dieser gelben Schlangen, die euch in dreißig Sekunden töten. Noch während ich in meiner Tasche nach meinem Revolver wühlte, begann ich zu rennen, aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ sich die Schlange sachte in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der vergeht, und ohne Hast schlüpfte sie mit einem leisen, metallenen Sirren zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig erreichte ich die Mauer, um dort mein kleines Kerlchen von einem Prinzen in meinen Armen aufzufangen, blass wie Schnee. »Was ist das hier für eine Geschichte? Sprichst du jetzt mit Schlangen?« Ich hatte ihm sein unentbehrliches, goldenes Halstuch abgenommen. Ich benetzte ihm die Schläfen und gab ihm zu trinken, und jetzt wagte ich es nicht mehr, ihn irgendetwas zu fragen. Er schaute mich ernst an und legte seine Arme um meinen Hals. Ich spürte sein Herz schlagen wie das eines sterbenden Vogels, den man mit dem Gewehr abgeschossen hat. Er sagte zu mir, »Ich bin froh, dass du den Fehler an deiner Maschine gefunden hast. Du wirst nach Hause zurückkehren können.« »Wie weißt du das?« Ich hatte ihm gerade erzählen wollen, dass mir wieder alle Erwartungen meiner Arbeit gelungen war. Er antwortete nicht auf meine Frage, aber er fügte hinzu, »Auch ich werde heute Nacht nach Hause zurückkehren.« »Auch ich werde heute nach Hause zurückkehren.« Dann schwermütig. »Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger.« Ich spürte deutlich, dass etwas Außergewöhnliches passierte. Ich nahm ihn in die Arme wie ein kleines Kind, und dennoch schien es mir als Stürze eher senkrecht in einen Abgrund, ohne dass es mir möglich war, ihn festzuhalten. Sein Blick war ernst, verloren in weiter Ferne. »Ich habe dein Schaf, und ich habe die Kiste für das Schaf, und ich habe den Maulkorb.« Und er lächelte melancholisch. Ich wartete lange, ich spürte, wie er sich mehr und mehr erwärmte. »Kleiner Kerl, du hast Angst gehabt.« Er hatte Angst gehabt, ganz sicher, aber er lachte sanft. »Heute Abend werde ich wohl noch mehr Angst haben.« Beim Gefühl des Unvermeidbaren fröstelte ich wieder, und ich merkte, wie unerträglich mir der Gedanke war, dieses Lachen nie wieder zu hören. Es war für mich wie ein Brunnen in der Wüste. »Kleiner Kerl, ich will dich noch mal lachen hören.« Aber er sagte zu mir, »Heute Nacht ist es ein Jahr. Mein Stern wird genau über dem Ort stehen, wo ich letztes Jahr heruntergefallen bin.« »Kleiner Kerl, ist das nicht nur ein schlechter Traum, diese Geschichte mit der Schlange und dem Treffen und dem Stern?« Aber er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte, »Was wichtig ist, sieht man nicht.« Gewiss, »Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern lebt, so ist es süß, nachts den Himmel anzuschauen. Alle Sterne sind voll Blumen.« »Gewiss.« »Das ist wie mit dem Wasser. Was du mir zu trinken gabst, war wie Musik wegen der Laufrolle und dem Seil. Du erinnerst dich, es war gut.« »Gewiss.« »Nachts wirst du zu den Sternen aufschauen. Meiner ist viel zu klein, als dass ich dir zeigen könnte, wo er sich befindet. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer unter vielen Sternen sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Sie werden alle deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen.« Er lachte noch. »Ach, kleines Kerlchen, kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern.« »Eben. Das wird mein Geschenk sein. Es wird sein wie mit dem Wasser.« »Was willst du damit sagen?« »Die Menschen haben Sterne, doch es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für die anderen sind sie nichts weiter als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Doch all diese Sterne schweigen. Nur du wirst Sterne haben, wie niemand sonst sie hat.« »Was meinst du damit?« »Wenn du nachts zum Himmel schaust, wird es für dich sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du wirst Sterne haben, die lachen können.« Und er lachte wieder. »Und wenn du darüber hinweggekommen bist«, man kommt immer darüber hinweg, »wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und manchmal wirst du dein Fenster öffnen, einfach so zum Spaß.« »Und deine Freunde werden ziemlich erstaunt sein, dass du lachst, wenn du zum Himmel schaust.« »Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen üblen Streich gespielt haben.« Und er lachte wieder. »Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne einen Haufen kleiner Glöckchen geschenkt, die lachen können.« Und er lachte noch mal. Dann wurde er wieder ernst. »Heute Nacht, weißt du, komm nicht. Ich lass dich nicht allein.« Aber er war besorgt. »Ich sage dir das. Es ist auch wegen der Schlange. Sie darf auf dich nicht beißen. Schlangen sind bösartig. Sie beißen auch zum Vergnügen.« »Ich lass dich nicht allein.« Aber etwas beruhigte ihn. »Sie haben für den zweiten Biss kein Gift mehr.« »Das stimmt schon.« In jener Nacht habe ich nicht gesehen, wie er sich auf den Weg machte. Er war lautlos verschwunden. Als ich ihn endlich einholen konnte, ging er mit entschlossenen, schnellen Schritten voran. Er sagte nur, »Ah, du bist da.« Und er nahm mich bei der Hand, aber er quälte sich noch immer. »Du hast einen Fehler gemacht. Du wirst Kummer haben. Es wird aussehen, als wäre ich tot, aber das wird nicht wahr sein.« Ich schwieg. »Verstehe, es ist zu weit. Ich kann diesen Körper nicht mitnehmen. Er ist zu schwer.« Ich schwieg. »Aber er wird zurückbleiben wie eine alte, verlassene Hülle. Um so eine alte Hülle ist es nicht schade.« Ich schwieg. Er verlor ein bisschen den Mut, doch dann sammelte er sich wieder. »Es wird nett sein, weißt du. Auch ich werde zu den Sternen hinaufsehen. Alle Sterne werden Brunnen mit einer eingerosteten Laufrolle sein. Alle Sterne werden mir zu trinken geben.« Ich schwieg. »Es wird so lustig sein. Du wirst fünfhundert Millionen Glöckchen haben. Ich werde fünfhundert Millionen Brunnen haben.« Und auch er schwieg, weil er weinte. »Hier ist es. Lass mich den Schritt ganz alleine machen.« Und er setzte sich hin, denn er hatte Angst. Er sagte noch, »Weißt du, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Und sie ist so schwach. Und sie ist so naiv. Sie hat vier Dornen, so gut wie nichts, um sich gegen die Welt zu schützen.« Ich setzte mich, weil mir der Boden schwand. Er sagte, »Hier, das ist es.« Er zögerte noch ein bisschen, dann stand er auf. Er ging einen Schritt vorwärts. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts zu sehen, nur ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Einen Augenblick stand er reglos. Er schrie nicht. Er fiel langsam, so wie ein Baum fällt. Wegen des Sandes machte selbst das kein Geräusch. Kapitel 27 Und jetzt sind bestimmt schon sechs Jahre vergangen. Noch nie habe ich diese Geschichte erzählt. Als meine Kameraden mich wieder sahen, waren sie froh, mich bei lebendigem Leib wiederzusehen. Ich war traurig. Aber ich sagte nur, »Das ist die Erschöpfung.« Inzwischen bin ich etwas darüber hinweggekommen. Das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß genau, dass er auf seinen Planeten zurückgekehrt ist. Denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war ja kein schwerer Körper. Und ich liebe es, nachts den Sternen zu lauschen. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschah etwas Außergewöhnliches. Der Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe. Ich hatte vergessen, einen Lederriemen dran zu machen. Er wird es nie geschafft haben, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was ist auf seinem Planeten geschehen? Vielleicht hat das Schaf die Blume doch gefressen? Mal sage ich mir bestimmt nicht. Der kleine Prinz stellt seine Blume jede Nacht unter die Glasglocke, und er passt gut auf sein Schaf auf. Dann bin ich glücklich, und alle Sterne lachen sanft. Dann sage ich mir wieder, man ist das eine oder andere Mal abgelenkt. Und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen, oder das Schaf ist nachts lautlos entwischt. Dann verwandeln sich die Glöckchen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die den kleinen Prinzen auch lieben wie für mich, ist nichts in der Welt mehr das Gleiche, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Rose gefressen hat. Schaut hinauf zum Himmel, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Und ihr werdet sehen, wie sich alles ändert. Und kein Erwachsener wird je verstehen, warum das so eine große Bedeutung hat. Schaf. 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 Schaf.